Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Grünbelag entfernen gehört vermutlich zu den Aufgaben, die jedes Jahr erledigt werden müssen. Über den Winter und Frühling hinweg bildet sich zum Beispiel auf Steinen oft ein grüner Belag. Heute wollen wir uns Grünbelag entfernen. Wir zeigen euch unsere Empfehlungen. Viel Spaß! Bereits im letzten Jahr haben wir hartnäckigen Grünbelag entfernt. Das war zugegeben ein echter Härtetest und wir mussten mit dem Hochdruckreiniger nacharbeiten. Das Video dazu verlinken wir euch noch einmal in der Infobox und unter diesem Video. In diesem Jahr möchten wir euch Grünbelagentferner von Melarut unter normalen Umständen vorstellen. Dazu haben wir uns eine Fläche mit ordentlich Grünbelag ausgesucht. Wie es der Zufall wollte, haben wir den Test des Grünbelagentferners mit einem Test von Drucksprühgeräten verbunden. So haben wir unter anderem Druckspitzen von Solo, Gloria und Einhell getestet. Das Video dazu verlinken wir euch ebenfalls. Wir haben das Melarut Konzentrat gekauft. Daher mussten wir zunächst in der Druckspritze 3 Liter Wasser mit 300 Millilitern Melarut mischen. Ihr solltet unbedingt auf das richtige Mischungsverhältnis achten. Befüllt die Drucksprühgeräte auch stets auf einem festen Untergrund und nicht zum Beispiel auf dem Rasen. Dann haben wir die Flächen mit unterschiedlichen Spritzen ordentlich eingesprüht. Es sollte nach dem Ausbringen 2-3 Tage trocken sein. Wir haben extra die perfekte Zeit abgepasst. Nach 6 Tagen hier ein Blick auf die bearbeitete Fläche. Man sieht eindeutig die Wirkung von Melarut. Zwischendrin haben wir eine Fläche ausgelassen, um einen Vergleich zu sehen. Ich denke, die Bilder sprechen für sich. Ohne nachzuarbeiten ist nahezu der komplette Grünbelag verschwunden. Auch unseren Springenbrunnen haben wir mit Melarut behandelt. Nach 3 Tagen ist hier schon ein klarer Unterschied zu erkennen. Für leichten Grünsparen können wir Melarut also absolut empfehlen. Wir werden in den kommenden Wochen auch noch einen anderen Grünbelagsentferner testen. Auch wollen wir uns noch an einige Hausmittel machen, mit denen man Grünbelag angeblich einfach entfernen kann. Lasst uns also gerne ein Abo da, um nicht das Video zu verpassen. Wir hoffen, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Falls du eher ein Freund der schriftlichen Wortes bist und dich für das Thema Garten interessierst, schau gerne auch auf unserem Gartenmagazin unter www.gartenzeile.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.